Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever Schönbau und wir kümmern uns heute mal um den Bau des S-Bahn-Netzes und legen auch direkt los. Erstmal habe ich natürlich so ein bisschen Rohbau entstehen lassen und die Strecken wirklich nur so ganz grob verlegt. Einiges davon habe ich auch nochmal massiv umgebaut, das wird man auch noch in der Zeitraffer heute zu sehen bekommen. Und grundsätzlich habe ich einfach versucht so eine Art Ringlinie anzulegen, die halt quasi so ein bisschen um die Innenstadt herum fährt. So, S-Bahn wird natürlich nicht das einzige Verkehrsmittel quasi im Nahverkehr sein, sondern da kommt natürlich noch eine U-Bahn dazu, Schrägstrich Hochbahn. Also ich werde versuchen, diese besagte U-Bahn größtenteils oberirdisch verkehren zu lassen, das gefällt mir einfach besser. Aber es wird natürlich auch ein paar unterirdische Stationen geben, also zum Beispiel am Hauptbahnhof, da macht das ja auf jeden Fall Sinn. Parallel dazu habe ich natürlich, mache ich das immer so, dass ich das Straßennetz auch so ein bisschen ausbaue, wie man hier gerade schön sehen kann, genauso wie das Autobahnnetz. Ich mache das halt immer parallel, weil man kriegt halt sonst unter Umständen einfach Probleme, wenn man sich jetzt nur wirklich auf den Streckenbau fokussiert oder umgekehrt, wenn man sich eine Zeit lang nur auf den Straßenbau fokussiert, kriegt man halt dann vielleicht Probleme, dann im Nachhinein noch irgendwie die Strecken vernünftig unterzubringen. Deswegen mache ich das einfach immer zeitgleich und das klappt eigentlich mit am besten. So, hier habe ich viel mit diesen Elevated Stations gearbeitet. Ist vielleicht ein bisschen monoton, weil sich die Stationen halt ständig wiederholen, aber die haben einfach eine gute Höhe und man kann gut mit denen basteln. So, die Brückenauswahl, das ist auch alles noch, ja, quasi Rohbau, da ist auch noch nichts final. Da habe ich jetzt einfach mal mit verschiedenen Varianten herumgespielt, also hier jetzt mal so einen erhöhten Damm genommen, verschiedene Brückenarten, aber das werde ich sicherlich auch alles noch mal ziemlich überarbeiten. So lange, bis es mir dann irgendwann gefällt. So, jetzt nimmt das Ganze schon Gestalt an. Die Idee dahinter war halt, wie gesagt, also einfach so eine Ringlinie um die Stadt herum zu haben, die aber gleichzeitig auch den Hauptbahnhof anfährt, oberirdisch. Das habe ich halt hier versucht umzusetzen, bin dann hier Richtung Hauptbahnhof quasi abgebogen in den Tunnel rein, den ich schon vorbereitet hatte. Und das hat letztlich dann auch ganz gut funktioniert. Das hier ist auch jetzt gerade, was man gerade sieht, ist einfach so ein missratender Versuch. Das habe ich dann auch noch mal ziemlich massiv umgebaut, wird man auch gleich noch zu sehen bekommen. Das hat sich einfach nicht so wirklich gut eingefügt. Hier ist die Kurve einfach viel zu eng geworden und generell der Streckenverlauf macht relativ wenig Sinn. Deswegen habe ich das gleich noch mal ein bisschen überarbeitet. Aber da sieht man auch schon ganz gut das, was ich schon mal angesprochen hatte, dass ich eigentlich relativ planlos drauf losbastle, wie es mir halt gefällt. Und wenn es mir dann irgendwann nicht gefällt, wenn ich sehe, das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, dann baue ich halt alles noch mal massiv um. Wichtig ist dabei halt einfach, dass man sich genügend Platz lässt. Und das habe ich eigentlich überall einigermaßen beachtet. So, dann hier wieder mit diesem Tunnelportal gearbeitet. Aus der Track Design Pattern Mod. Hier mal so eine gekrümmte Variante verwendet. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, wie man sehen kann. Hier ist es mir dann auch nicht gelungen, noch mal mit diesem Tunnelportal da zu arbeiten, sondern da habe ich dann einfach letztlich ein normales Tunnel verwendet. Ist ja auch kein Problem. Aber das war einfach ein bisschen zu eng hier, der ganze Bereich. So, fummel, fummel. Und dann habe ich mich doch für einen Tunnel entschieden. So, dann kleiner Sprung. Hier kommt noch mal weiteres Überwerfungsbauwerk dazu. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Da wird es auf jeden Fall noch mal quasi so eine kleine Extra-Folge geben, wo es nur um das Thema Überwerfungen geht. Weil da gibt es ja auch wirklich verschiedenste Methoden. Und da werde ich dann einfach ein paar zeigen davon. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich da genügend Material für eine vernünftige Zeitraffer zusammen habe. Also da müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. So, dann der besagte Streckenumbau, weil mir der Gesamtstreckenverlauf einfach nicht gefallen hat. Deswegen habe ich hier einfach noch mal eine tiefer gelegte, eine unterirdische Station angesetzt. Und habe mich dann von der Station ausgehend quasi hervorgearbeitet. Und habe dann versucht, das Ganze ins Streckennetz zu integrieren. Hat dann auch ganz gut funktioniert. Und so sieht das gleich schon deutlich besser aus. So, hier die Auffahrtsrampe noch angesetzt und dann die ursprüngliche Strecke wieder abgerissen. Und ich denke mal, so ist es schon ein bisschen netter geworden. So, dann Stichwort Ultimate Station. Mit der werde ich auf jeden Fall noch massiv basteln. Ich werde mich halt so ein bisschen herantasten. Jetzt erstmal so im kleinen Rahmen, so wie hier diese V-förmige Variante. Die habe ich auch noch nie benutzt, wollte ich mal verwenden. Und später wird es dann aber auch größere Bahnhöfe geben. Auch so ein bisschen so was S-förmiges. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Optionen, die man da hat mit dieser Ultimate Station. So, dann noch die Schienenstränge angeschlossen. Und so entsteht nach und nach ein S-Bahn-Netz. So, dann auch das, was ich schon gesagt habe. Ich mache das ja, wie gesagt, einfach alles immer parallel. Dann wieder ein Stückchen Autobahn bauen. Wieder das Straßennetz ein bisschen erweitern. Dann geht es wieder mit den Bahnstrecken weiter. Und so arbeite ich mich einfach auf der Karte quasi vor. Und das ist natürlich auch alles noch nicht in Stein gemeißelt. Erstmal so ein bisschen der Rohbau, damit das Ganze einfach schon mal so eine grobe Struktur bekommt. Überall schon mal so ein paar Autobahnabfahrten einbauen, damit ich dann einfach Optionen habe, um dann auch die Vororte und Dörfer anzuschließen. Es wird natürlich nicht alles einen Bahnhof bekommen. Sondern es werden natürlich auch kleinere Dörfer entstehen, irgendwo draußen auf dem Land, wo einfach keine Bahnverbindung existiert. Es ist auch echt ein bisschen schade, dass diese Mod nicht noch weiterentwickelt wurde. Weil da gäbe es ja noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Verschiedene Arten von Autobahnkreuzen, verschiedene Arten von Ab- und Auffahrten, von Zubringern. Ich bin trotzdem natürlich dankbar über diese Mod, weil es eine Riesenbereicherung ist, einfach für ein schönes Autobahnnetz sich hinzustellen. Aber ein paar mehr Optionen werden schon schön gewesen. So, dann hier dieses Überwerfungsbauwerk, was ich am Anfang schon reingestellt habe. Das ist natürlich super schäbig, wenn sich der Bahndamm hier so präsentiert. Deswegen habe ich das Ganze einfach noch mit dem Dammbaumod ausgekleidet. Den findet ihr in Joffreeds Modbox. Dann, um diese Geländeaufwerfungen, diese schäbigen Hügel da ein bisschen wegzubekommen, kann man einfach Straßen verwenden, das Gelände quasi glätten. Und dann sieht das auch nicht so verkehrt aus. Und zu guter Letzt habe ich hier noch so einen kleinen Unterwegsbahnhof eingebaut. Das werde ich so in der Art auch öfter machen. Das sieht man ja in der Realität recht oft. Ich bin neulich erst im Trainsimulator die Strecke München-Augsburg mal wieder gefahren. Da ist mir das auch aufgefallen. Da liegt halt die Schnellfahrstrecke. Und unterwegs für die Rio-Bahn und auch für die S-Bahn sind halt immer wieder diese kleineren, ich nenne sie mal Unterwegsbahnhöfe eingebaut. Genau. Und ich lasse dann auch immer eine Schiene, also ein Gleis einfach Abstand zwischen jetzt irgendwie der Regional- und S-Bahn-Strecke und der Schnellfahrstrecke. Das macht ja auch Sinn. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen das Ganze nochmal kurz hier in-game unter die Lupe. Hier ist jetzt eben dieser Bahnhof, dieser Unterwegsbahnhof, der entstanden ist. Ihr seht schon, da ist jetzt noch eine zweite Schnellfahrstrecke dazu gekommen. Ich glaube, dass ich hier sogar schon die ersten Linien verlegt habe. Da müsste, genau, schauen wir nochmal. Linie 1, da verkehrt ICE und was haben wir hier noch unterwegs? Und eine Regionallinie bislang. Auch das ist natürlich alles noch nicht in Stein gemeißelt. Mal schauen, vielleicht ändere ich das noch. Rollmaterial wird ja sowieso erst irgendwann später ein Thema. Also ich habe noch nicht allzu viel dazu genommen, sondern, also ich werde jetzt auch keine weiteren Mods mehr dazu nehmen. Erstmal, ich habe knapp 200 Stück und die Mod-Liste mit den Download-Links, die ist jetzt ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte, bin ich durch. Und ich werde dann auch erst wieder mehr Mods dazunehmen, wenn ich diese Liste quasi abgearbeitet habe. So, kann aber noch ein bisschen dauern. Also ich weiß noch nicht genau wann. Schaut einfach immer mal wieder in die Videobeschreibung rein. Wenn es fertig ist, dann wird es natürlich verlinkt. So, der Flughafen ist auch erstmal nur Platzhalter. Das werde ich wahrscheinlich auch, das werde ich so machen, dass ich dann nächste Woche wahrscheinlich schon so eine kleine Übersicht mal liefern werde über die ganze Karte. Und dann könnt ihr einfach mal euer Feedback da lassen, wo ihr denkt, wo verschiedene Baubereiche Sinn machen würden. Also zum Beispiel eben ein Messegelände will ich noch entstehen lassen, den Flughafen natürlich, eine Arena, eine Fußball-Arena wird es geben. Und da muss ich mir dann noch gut überlegen, wo was sinnvoll unterzubringen ist. So, dann schauen wir mal weiter. Da ist eben dieses Überwerfungsbauwerk entstanden, das ich hier noch mit diesem Bahndamm eingekleidet habe. Auch nicht so verkehrt. Und ich würde sagen, weil das Thema der Folge ist ja größtenteils S-Bahn-Bau, dann drehen wir einfach nochmal eine Runde hier mit der frisch gebauten Linie. Steigen hier einfach mal auf offener Strecke ein und drehen nochmal eine kleine Runde. Und hier sieht man auch ganz gut, also was ich vorhin gesagt habe, ich habe es halt lieber oberirdisch. Dasselbe gilt auch für die U-Bahn. Also es wird halt eher auf eine Hochbahn hinauslaufen, weil also davon habe ich ja nichts. Das ist nett, so ein U-Bahn-System zu haben, aber es sieht halt relativ monoton aus. Es gibt zwar inzwischen auch noch eine andere Station, habe ich gesehen. Ja, okay, hier muss ich die Linie noch anpassen. Der sollte natürlich hier halten. Muss ich auch noch ausprobieren, aber ansonsten ist das halt doch, wie gesagt, relativ monoton. Tunnel, ähm, unterirdische Station, Tunnel, unterirdische Station und das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich mag es halt lieber oberirdisch, dann sieht man einfach auch schön ein bisschen was von der Stadtkulisse und ich denke mal, das ist schon die bessere Lösung. Die Münchner S-Bahn habe ich mir natürlich schon mal gegönnt. Die darf natürlich nicht fehlen. Dann hier links die Trasse, ihr seht schon, die hat keine Oberleitung. Das wird dann eben diese U-Bahn-Hochbahn. Und da werde ich dann natürlich auch entsprechendes Rollmaterial verkehren lassen. Dann haben wir hier so ein bisschen so eine kombinierte Station. Leider ist halt auf dem linken Bahnsteig auch die Oberleitung. Das lässt sich halt nicht vermeiden, weil man das nicht separat steuern kann, dass ich sage, hier auf den rechten beiden Gleisen möchte ich eine Oberleitung haben und links keine. Das geht halt nicht, also entweder oder. Aber so dramatisch finde ich das jetzt auch nicht. Oder ich nehme halt, ich nehme halt zwei Stationen und bastel mir die irgendwie zusammen. Wäre auch noch eine Option, würde auch funktionieren. Mal schauen. So, dann drehen wir mal. Wir drehen einfach mal die ganze Runde, würde ich sagen. Hier einmal durch den ganzen Rohbau durch. Kriegt ihr quasi schon mal ein paar Spoiler hier noch zu sehen. Aber keine Sorge, ich habe das meiste von der Stadtentwicklung oder zumindest das, was relevant ist, habe ich schon gefilmt. Und das wird dann einfach, wenn da wieder genug Material zusammengekommen ist, wird das auch einfach nochmal wieder eine eigene Folge. Das wird ein wiederkehrendes Thema werden. Das ganze Stadtgebastel wird in regelmäßigen Abständen kommen. So, den ganzen Bereich hat man vorhin schon in der Bastelzeitraffer gesehen. Ich habe halt, also die Häuser sind bislang wirklich alles nur Kulisse. Ich wollte einfach ein bisschen was rumstehen haben. Aber final ist das alles noch lange nicht. Aber man bekommt einfach schon mal so eine Idee, wie es hier mal irgendwann aussehen wird. So, das muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen umbauen hier. Das gefällt mir nicht, wie diese Zäune so ineinander, durcheinander kreuzen. Und dann da vorne diese Brücken, das ist das, wo ich auch gesagt habe, da spiele ich halt noch mit den verschiedenen Optionen rum. Und dann mal schauen, was mir letztlich gefallen wird. Diese Brücke hier zum Beispiel passt ja hier überhaupt nicht rein. Für so eine S-Band-Trasse. Aber ist ja egal. Das ist ja mit ein paar Mausklicks alles geändert. Wichtig war einfach, die grobe Strecke schon mal verlegt zu haben. Damit das alles schon mal steht und auch funktioniert mit den Linien. Und das tut's und das passt auch erstmal. Dann, was ich auch schon ankündigen kann. In der nächsten Folge wird es eine relativ lange Zeitraffer geben. Die ist mir sogar ein bisschen zu lang geraten. Aber ich schaffe es jetzt einfach nicht mehr, das noch runter zu kürzen. Normalerweise versuche ich so 10 Minuten bis maximal eine Viertelstunde anzupeilen. Es ist dann tatsächlich, glaube ich, ein bisschen länger als 20 Minuten geworden. Aber dann nutze ich die Gelegenheit der langen Zeitraffer einfach dazu, so ein bisschen auf eure Kommentare einzugehen. Es kamen ja sehr, sehr viele Ideen und Wünsche und Anregungen. Und ich kann schon verraten, also fast alles davon lässt sich auf jeden Fall sehr gut umsetzen. Also deswegen vielen Dank für die ganzen Anregungen. Vieles davon wird definitiv auf der Karte landen. Dazu nächste Folge mehr. So, hier sind auch schon ein paar Häuser aufgestellt. Jetzt kommen wir hier zu dieser Ultimate Station, zu dieser V-förmigen Station hin. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Diese Ultimate Station, da hat man wahnsinnig viele Optionen. Ich habe auch noch längst nicht alles rausgefunden, was man damit machen kann. Also im Großen und Ganzen spiele ich halt so lange mit den ganzen Optionen herum, bis ich irgendwie ein Ergebnis habe, was mir gefällt. Aber so wirklich fit darin bin ich jetzt auch noch nicht. Ist viel Trial and Error einfach. Also viel ausprobieren, wegschmeißen, verwerfen, umbauen. Und irgendwann gefällt es mir dann schon. Da verkehrt schon der D-Zero. Da werde ich natürlich auch noch entsprechende Repaints dazu nehmen. Hier wird noch so eine kleine Abstellung entstehen. Ein Betriebswerk wird die S-Bahn da selbstverständlich auch bekommen. Irgendwo in den Hauptbahnhof. Nee, also ich habe schon angefangen damit. Der Rohbau steht schon im Großen und Ganzen. Wird natürlich auch noch mal eine eigene Folge. Also entweder fasse ich mehrere Betriebswerke in eine Folge zusammen. Das ICE-Betriebswerk ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Oder es kriegt jedes Betriebswerk einfach eine eigene Folge. Je nachdem, wie umfangreich das alles wird. So, hier ist jetzt auch schon ein bisschen mehr Kulisse entstanden. Schrebergartenkolonie auf der rechten Seite. Und die ersten Häuserblöcke sind hier schon entstanden. Das Überwerfungsbauwerk ist so ein bisschen suboptimal, weil halt hier oben die Geschwindigkeit halt dann so auf 50 kmh, 52 kmh hier reduziert wird. Gefällt mir nicht so gut. Das Ding ist einfach insgesamt zu kurz geworden und dann passiert sowas halt mal. So, die ersten Signalbrücken stehen auch schon. Dann diese Station hat man, glaube ich, in der ersten Zeitraffer-Folge schon gesehen. Gefällt mir auch ganz gut, wie sich das hier einfügt. Leicht gebogene Variante ist das hier. Und rechts die beiden Gleise. Da müsste, ich weiß gar nicht, was da genau verkehrt. Ich glaube, auch eine S-Bahn-Linie, aber vor allen Dingen Regionalverkehr, der aufs Land rausfährt. Und das wird dann, glaube ich, müsste auch direkt das Thema der nächsten Folge sein. Ein Streckenbau, raus aufs Land, paar Bahnhöfe hingestellt, paar Felder hingeklatscht und das Ganze schon mal so ein bisschen nett idyllisch ausdekoriert. Links kann man jetzt kurz einen Blick erhaschen. Das wird das S-Bahn-Betriebswerk, glaube ich, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe schon ein paar Betriebswerksgelände quasi im Rohbau hingestellt. Rechts jetzt kurz im Bild, das wird das ICE-Betriebswerk, die Waschhalle. Mehr konnte man da jetzt noch nicht erkennen. Aber man sieht schon, also es wächst und gedeiht. Hier, je weiter man, also je näher man jetzt hier zum Hauptbahnhof hinkommt, das wird alles so langsam aber sicher einigermaßen ansehnlich, finde ich. Da kommt auch der Fernverkehr gerade reingefahren, aus Österreich kommend. Jo, nicht so verkehrt. So, der wendet jetzt hier, macht Kopf, glaube ich, sagt man. Und dann verschwindet er wieder im Tunnel. Ja, so ein paar Mikro-Lags sind jetzt inzwischen, haben sich schon eingeschlichen. Ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Es könnte natürlich auch wirklich irgendeine Mod sein, die vielleicht nicht so performancemäßig optimiert wurde. Ich muss mal schauen. Oder ich muss vielleicht tatsächlich mit den Grafikeinstellungen mal minimal runtergehen. Momentan, glaube ich, habe ich noch alles auf Maximum aufgerissen. Mal schauen. Aber, also ist ja alles noch akzeptabel. Alles gut. Muss ich halt einfach auf dem Schirm haben. Okay, ich denke mal, das sollte genügen für die heutige Folge. Ist doch eh schon relativ lang geworden, Arm. Steigen wir mal aus. Und der verschwindet jetzt eh wieder nur im Tunnel und kommt dann da drüben irgendwo wieder raus. Wir können dem ganzen Fall, vielleicht damit man das nochmal gesehen hat, wie ich die Linie verlegt habe. Der Vollständigkeit halber. Der biegt eben jetzt hier wieder in den Tunnel ab. Und kommt dann, wo kommt er raus? Hier drüben, genau. Und da schließt sich ja der Kreis so ein bisschen. Da haben wir angefangen in der Folge. Das war auch alles in der Zeitraffer drin. Fährt dann hier drüber, über die Elevated Station. Und hier sind wir ja ungefähr eingestiegen, vorhin bei der Mitfahrt. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wie gesagt, nächste Folge wird es ein bisschen was zum Thema geben. Da werden wir halt auf dem Land unterwegs sein. Die erste Regionalstrecke verlegt haben, verlegen werden und ein paar Bahnhöfe hinstellen. Und ich werde auf Besucher, Anregungen und Kommentare eingehen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet vielleicht auch wieder ein bisschen was mitnehmen. Hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.